Botox ist in den geringen Mengen, in denen wir es spritzen, zur Faltenbehandlung nicht gefährlich. Bei schwangeren Frauen würde ich das nicht spritzen. Wir benutzen zum Beispiel Botox auch in der Medizin zur Behandlung von Migräne oder von Behandlungen von Spasmen in deutlich höheren Dosen und haben da seit Jahren gute Erfahrungen gemacht, dass es nicht gefährlich ist.